Es war in vergessenen Tagen und noch bevor das Tageslicht die Nacht vertrieb. Der Tag, an dem ich einen Teil von mir verlor. Eine Erinnerung, ein Gefühl, eine Richtung. Schon damals gab es Menschen, ganz ähnlich wie ihr selbst. Und gleich wie ihr, waren sie auf einer Reise, auf einer Suche, würde ich behaupten. Um zu finden, wonach wohl viele zu suchen scheinen. Vorbei an ihren Grenzen, vorwärts an ihrem Sein. Durch ein Gebiet, wo Zeit an Wichtigkeit verliert. Wenn die Tage kürzer werden, fällt die Natur in einen Halbschlaf, bis die Zeit endgültig verblasst. Die Nacht bringt Wandel und legt leise ein weißes Tuch über das Land. Musik Selbst der weiteste Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Der Blick in die Ferne zeigt ihnen die Richtung, bis sie die Sehnsucht vorwärts treibt. Musik 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 Neugierig beobachtete ich sie. Es war wohl der Weg, der sie glücklich machte, nicht das Ziel. Musik 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 Die Zeit vertreibt das Weiß aus den Tälern. Musik Leben entspringt aus dem Fels und bringt mit sich, was ich einst verlor. Musik 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 Wasser Führte sie in eine neue Richtung, nach Norden, vorbei an grauen Felsen, alten Grenzen und einem grünen Himmel. Musik 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 Was mir einst verloren, hält nun neuen Wert. Musik Musik Dem längsten Tag folgt die kürzeste Nacht. Musik Und der Verlust vergessener Tage erstrahlt im Licht der brennenden Berge. Musik 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 Jeder Tag ein neuer Weg. Eine neue Richtung. Musik Eine neue Art des Seins. Musik 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 Und auch ihr Weg, ihre Suche fand bald sein Ende. Gefunden haben sie mich, die Zugspitze. Ruhig wartend stellte ich ihnen dieselbe Frage, die ich auch euch eines Tages stellen werde. Ist es möglich, die Freiheit zu finden? Die Freiheit zu finden. 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 Untertitelung des ZDF, 2020